Erben, Sterben und Entfernen Willkommen zum GoleMD-Wochenrückblick, mein Name ist Marc Sauter. Google wirft gelegentlich Apps aus dem Playstore. Aber selten trifft es eine so beliebte App wie Öffi. Die kostenlose Öffi-App errechnet Routen für die Fahrten mit U-Bahn, S-Bahn oder Bus. Derzeit ist sie im Playstore aber nicht gelistet. Der Grund? Google sieht die Spendenfunktion in der App als verstoß gegen die Playstore-Richtlinien. Der Entwickler der App findet den Vorwurf ungerechtfertigt. Denn die Spendenfunktion ist nicht sichtbar, wenn die App über den Playstore installiert wurde. Nur wenn sie über alternative Stores wie F-Droid oder Amazons App Store oder die Webseite des Anbieters geladen wurde, wird der Hinweis angezeigt. Derzeit ist offen, wie es in dem Streit weitergeht. Denn hinderlich wie überall ist hier der eigene Todesfall. Das wusste schon Wilhelm Busch. In Großbritannien hat PayPal in einem automatisierten Schreiben erklärt, dass der Tod einer Nutzerin gegen die Geschäftsbedingungen verstoße, denn sie schuldete dem Unternehmen Geld. Mittlerweile hat sich PayPal entschuldigt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat den Mediamarkt durch mehrere Instanzen verklagt. Grund war die Angabe, dass Samsung Galaxy S6 für 499 Euro sei bald verfügbar. Das verspricht der Markt nun nicht mehr, sondern muss genaue Verfügbarkeitszeiten angeben. Der Bundesgerichtshof hat ein Grundsatzurteil gefällt. Der Zugang zu einem Facebook-Konto wird auf die Erben übertragen. Das gilt auch für höchstpersönliche Chat-Protokolle. Nach jahrelangem Streit haben die Eltern einer tödlich verunglückten 15-Jährigen Recht bekommen. Das soziale Netzwerk Facebook darf ihnen nach dem Tod ihrer Tochter nicht den Zugang zu deren Facebook-Account verweigern. Das entschied der Bundesgerichtshof am Donnerstag und hob damit ein anderslautendes Urteil des Berliner Kammergerichts auf. Weder das Fernmeldegeheimnis noch der Datenschutz stehen dem Urteil zufolge einem Zugriff entgegen. Ebenso wie Briefe oder Tagebücher sei die Facebook-Kommunikation vererbbar. Die Eltern erhofften sich durch den Zugang Hinweise auf die Gründe für den Todesfall. Die Mobilfunkbetreiber haben sich auf 1% mehr Netzausbau in Deutschland geeinigt. Das gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sichtlich stolz auf dem Mobilfunkgipfel bekannt. Bis Ende 2020 soll die Abdeckung der bewohnten Gebiete auf 99% steigen, sofern die Mobilfunkbetreiber ihren Willen bei 5G bekommen. Mehrere Grafikkartenhersteller haben im vergangenen Quartal sehr viel weniger Pixelbeschleuniger verkauft als zuvor. Hintergrund ist der abebende Crypto-Mining-Boom, weshalb Grafikkarten wieder günstiger statt teurer werden. Wir haben die ersten Notebooks mit einem Snapdragon statt einem x86-Chip und Windows 10 on ARM getestet. Die Always-Connected-PCs haben ein integriertes LTE-Modem und nehmen im Standby noch Skype-Anrufe entgegen, ähnlich wie ein Smartphone. Im Inneren der Systeme steckt ein Snapdragon 835 von Qualcomm. Darauf läuft Windows 10 on ARM mit einem x86-Emulator, der für Kompatibilität zu Win32-Apps sorgt. Die Performance schwankt. Adobes Photoshop läuft rund, die Spotify-Oberfläche hingegen ist kaum bedienbar. Native ARM-Software wie der Edge-Browser ist so schnell wie auf einem x86-Notebook. Die Akkulaufzeit der Always-Connected-PCs ist lang. Wir schaffen 15 Stunden im Alltag. Bisher verkauft in Deutschland nur Asus ein Gerät, das NovaGo für 800 Euro. Gilt der Datenschutz auch für eine lose Sammlung von Notizen? Der Europäische Gerichtshof hat diese Frage mit Ja beantwortet. Die finnischen Zeugen Jehovas dürfen ohne Einwilligung der Betroffenen ihre Notizen bei Hausbesuchen nicht sammeln, auch wenn diese nicht digital vorliegen und auch nicht zentral verwaltet werden. Die NASA will Sand und Steine vom Mars auf der Erde untersuchen. Airbus hat den Auftrag bekommen, einen Rover zu bauen. Der soll dann die Proben aufsammeln und zur Rakete bringen, die sie dann zurück zur Erde fliegt. Das war's vom golem.de-Wochenrückblick. Wir sehen uns wieder nach der Sommerpause.